Die 1905er, also was sehr wichtig ist, die ist im absoluten Originalzustand und zwar hat einer, der Herr Richter, das war so ein Kerzenfabrikant aus Ellwangen, der hat dieses Motorrad 1905 gekauft bei NSU und damals hat es noch gar keine Tankstellen gegeben. Da musste er von der Firma hier, von der NSU, sich in einem Hubbock mit der Bahn Benzin schicken lassen, weil es im Raum Ellwangen keine Tankstelle gab. Und ja, auf jeden Fall war das ein super Stück, ist heute noch mein Paradestück. Und jetzt ging es aber los. Die Verhandlungen gingen also über ein Jahr. Und er hat immer wieder gesagt, naja, er verkauft es und so weiter. Und dann hat er gesagt, nein, sein Sohn will das nicht. Und dann wurde es wieder verkauft und dann wieder nicht. Und also ich bin fast im Stock gegangen. Und dann waren wir zweimal dort. Sie hat gesagt, da geh ich nicht mehr mit. Du kriegst das Ding sowieso nicht. Auf jeden Fall. musste ich dann mal von meiner Firma aus, waren wir im Urlaub am Tegernsee und dann hat mein Schwager angerufen und gesagt, du musst kommen. Deine Mitarbeiterin ist krank geworden, also bei uns läuft der Laden nicht mehr. Ja. Und dann musste ich da also Urlaub abbrechen, bin dann alleine halb fahrt. Und in der Mittagspause, da habe ich mir dann das so überlegt, also wie der Mann mit mir umgeht, dass der mich da also da öfters da rückfahren lässt und sagt, ja, verkauft man es und dann wieder nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, also dem, ich kriege das Ding sowieso nicht mehr, das Motorrad, das ist passé. Aber ich rufe dem jetzt an und sage dem meine Meinung. Wie man eigentlich mit Personen, die, ich will ja, ich will ja sein Motorrad kaufen, wenn man mal sagen, ich verkaufe das nicht, dann ist das geschwätzt. Dann brauchen wir gar nicht mehr weiterreden, dann komme ich auch nicht mehr auf ihn zu. Aber wenn man dann immer wieder Hoffnungen macht und mich da ein Jahr lang, dann hat er wirklich verarscht auf Deutsch gesagt, ja, dann ist das nicht fair von ihm. Und das möchte ich ihm jetzt mal sagen. Und wie er dazu steht, das kann er mir dann sagen oder nicht. Und dann hat er eingelingt und hat gesagt, naja, also, ja, also dann verkaufe ich Ihnen das Ding. Aber jetzt müssen Sie mir mal einen Preis sagen. Dann habe ich gesagt, Sie, das habe ich Ihnen schon längst gesagt. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie von mir 12.000 Mark kriegen. Und dann hat er gesagt, ja, also, ja, das müsst ihr mit seinem Sohn besprechen. Nein, ich sage, Sie, lassen Sie den Sohn aus dem Ding, der, nachher heißt es wieder, der verkauft es nicht. Also, ich biete Ihnen freiwillig 14.000. Und dann muss es aber irgendwo, das ist ein guter Preis, habe ich gesagt. Also, das ist ein sehr guter Preis. Mark war das damals. Und dann hat er gesagt, ja, gut, dann machen wir das. Dann habe ich gesagt, also, dann machen wir es aber gleich. Weil ich wusste, wenn der Sohn zurückkommt, dann ist wieder alles anders. Und dann bin ich also auf die Bank gegangen, habe die 14.000 Mark geholt, habe mein Hänger da gehängt, ans Auto und bin nach Inlung gefahren. Und der Sohn war noch nicht daheim. Und der Alte, der hat mir dann also das Motorrad gegeben. Ich habe ihm das Geld gegeben, dass gar nicht mehr viel gesprochen wurde. Ich bin abends, was weiß ich, um fünf Uhr wieder in der Firma gewesen. Und so bin ich zu dem Motorrad gekommen. Aber die haben mir die Nerven kaputt gemacht, weil wenn du da dauernd hörst, jetzt verkaufen wir nicht, dann wieder nicht. Und dann fährst du zweimal hin da mit der Frau und so und dann ist wieder nichts und so. Ihr habt natürlich im Klaren darüber, dass so ein Stück überhaupt nicht mehr auftaucht. Im Originalzustand der Motorrad von 1905. Das gibt es einfach nicht mehr. Zwei Weltkriege drüber gegangen und das ist scheiße. Auf jeden Fall konnte ich dann das Motorrad kaufen und das ist heute eigentlich mein Highlight der Sammlung.